Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Dishonored. Ich bin der Warme und in der letzten Folge haben wir uns in den Leuchtturm geschlichen. Ja, und äh, ja nicht wirklich geschlichen, wir sind mit dem Fahrschuhl gefahren. Und jetzt gucken wir mal, wen es hier so gibt, nicht mal. Ey, wieso hab ich denn so arsch viele Elixiere? Zehn Stück und ein Haufen Mana-Tränke. Ich bin hier nur am Rumrennkampeln, Schnetzeln und pfeife mir ein so ein Ding nach dem anderen rein. Und ich hab immer noch genug. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das? Ach, es regnet. Okay, alles klar. Ich hatte schon, hier steigt irgendwelcher Dampf auf. War da oben was? Nee. Hier ist auch nix. Das ist gut. So was, ja, davon hätte ich gern. Noch ein Elixiere. Ey, was denken die denn, wie schlecht ich bin? Ist hier was Nettes? Warum weiß ich solche Dinge? Weil du die Kaiserin bist. Oder warst? Ich vermute es mal. Ich hab so'n Gefühl. Sie flogen in den Großrein. Zerstreiten in den Sekt und fuhren sie in die Verstöcke, die wir angelegt hatten. Die, die wir angelegt hatten? Ähm, ich schieße sie in den Kastikon. Was? Sie zogen sie weit und zwar nicht schön. Sie liebt deinen Namen. Kombo. Warte mal kurz. Geht gleich weiter. Ich will jetzt mal lesen. Der Leuchtturm. Auszug aus einem neugeschichtlichen, aus einer neugeschichtlichen Arbeit führt die Insel Kingsborough. Die Insel Kingsborough befindet sich inmitten von Wrenhaven und wird bis zum letzten Jahrhundert nur für Fische und gelegentlich religiöse Zeremonien bedeuten. Von Bedeutung, von Bedeutung. Kann heute echt, äh, kein Lesetag. Hab ich schon in der letzten Aufnahme, ist ja schon gesagt. Während des Morley-Aufstandes wurde eine Festung und ein Anleger errichtet, um die Stadt vor Angriffen vom Meer zu schützen. Während der Krise durch die Seuche, kurz nach dem tragischen Tod von Kaiserin Jessamine Caldwin, ordnet mit Dunwards Lord Regent Hiram Burroughs den Bau eines modernen Militärpostens und eines Leuchtturms auf der Insel an. Burroughs erster vor kurzem fertiggestellter Leuchtturm wird weithin als eines der Wunder neuzeitlicher Technik angesehen. Voll von Sokolovs Erfindungen und angetrieben mit feinstem Wahlöl. Gut, mein Herz, was hast du mir zu sagen? Achso, das hatten wir schon. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 hatten wir schon. Ich darf nicht reden, aber ich kann hier raufklettern, das ist cool. Ich kann mal den ins Mikro pupsen. Der Nächste, der sich ranstellt. Ich klapper erst mal hier unten alles an. Oh, ich dachte gerade, das wäre... Ich hatte gerade Angst, das wäre Emily. Aber die war hier anscheinend. Kaiserin Jessamine Caldwin. Viele von uns, die unter ihrer Herrschaft gelebt haben, werden bis ans Ende ihres Lebens über die blasse Schönheit mit den stechenden Augen und das schändliche Ende, das ihr eigener, durchtriebener Diener und Schutzer über sie gebracht hat, trauern. Zu Zeiten ihres Vaters traten die Caldwins ins Rampenlicht des Hofes, weil die vorige Dynastie keine Erben hatte. Dem neuen Kaiser folgte eine Zeit des Wohlstands, doch seine Tochter hatte wenig Glück. Während ihres kurzen Lebens verursachten politische Intrigen und kleinere Konflikte Risse im Kaiserreich, wodurch die Einheit der Inseln untergraben wurde. Die Seuche war jedoch ein Schrecken, auf den weder Kaiserin Caldwin noch irgendjemand sonst vorbereitet war. Doch, einer war vorbereitet. Ein einziger Mensch konnte sich darauf vorbereiten. Aber der ist bereits hinter Dach und Fach. So, ein Stückchen Wasser. Schüssel zumachen. Liegt was in der Wanne? Auch nicht. Gut, ich würde sagen, hier unten haben wir alles abgeklabbert. Abgeschlabbert. Es geht noch weiter. Ja, hier waren wir schon. Das ist der Serverraum. Ja. Auch hier gibt es Serverräume. Ja, aber wo ist der denn? Wo ist denn der Typ? Es ist ja... Wo ist er denn hin? All die Dinge, die wir getan haben, Feigetaten, der ich mich schäme. Wie könnten sie uns jemals vergeben? Würden sie es, wenn die Lage besser wäre? Nein, so laufen die Dinge nicht, wenn sich einmal die Bürokratie eingeschaltet hat. Es wird kompliziert. Wenn es jemand erfährt, verlieren wir alle unseren Kopf. Niemand darf es erfahren. Könnten wir Emily kontrollieren, wenn Corvo dabei ist? Diese Frage werde ich nicht los. Zeit für unseren letzten Zug. Und er muss sitzen. Keine offenen Fragen. Nur wenige Mitwisser, die die am meisten zu verlieren haben. Tja. Und was habt ihr verloren? Euer Leben. Alter, das fällt mir jetzt erst auf. Hier sind ja ein Haufen... Hä? Komm... Hä? Alter. Das Blut! Das Blut ist mir jetzt erst aufgefallen. Was ist los? Krass. Krass. Von hier weggeschliffen, oder was? Oh, hier nur übelste Pfütze und dann die ganze Treppe rauf. Hier geht's weiter? Hä? Kommt das etwa von... Mir? Nein. Und hier draußen hört's auf. Und dann hat's der Regen weggewaschen. Krass. Ich glaube... Ich glaube, Emily hat sich den Kopf gestoßen. Die kann doch unmöglich so viel Blut verlieren. Oder hat irgendwer Havelock gehauen? Havelock heißt er. Ich hab seinen Namen vergessen. Ohne Corvo hätten wir es nicht geschafft. Und darüber bin ich dankbar. Aber ich fürchte, er teilt nicht unsere Vision von Dunwalls Zukunft. Mit einem Mädchen als Steuerruder der Politik werden wir nicht in unserem Sinne... Hä? Werden wir nicht in unserem Sinne über Dunwall herrschen können. Und ich habe das Gefühl, dass Corvo-Loyalität gegenüber der Kordwen-Frauen seinen Vorstand... Verstand benebelt. Ist sie wirklich seine Tochter? Wir werden Dunwall zum Höhepunkt seiner Macht führen. Doch die Rolle, die Corvo dabei spielt, darf niemals bekannt werden. Er muss verunglimpft werden. Und wenn ich dann die Herrschaft über die Stadt an mich reiße, werde ich es sein, der als Held und Schutzherr angesehen wird. Havelocks Tagebuch, sechster Eintrag. Ach, das sind die ganzen Einträge von Havelocks Tagebuch. Also die werde ich mir auf jeden Fall offscreen durchlesen. Darum scrolle ich jetzt mal hier zum sechsten... ...fünfter... ...vierter... ...dritter... ...zweiter... ...erster... ...bumm... ...aber jetzt... ...nicht. So. Lüpp. Okay, ich mache mal ein Quick-Safe, weil ich glaube, gleich wird es episch. Uuuh. Nein! Lassen Sie mich! Du warst das. Und beweg dich endlich, Kind! Alter Schwede, was macht der da mit der? Will der die da runterschmeißen? Alter, nein! Nein, 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 nein. Nein. Okay, weißt du was? Ich nehme schon mal... ...was auch immer passiert, es ist immer gut, die Zeit anzuhalten. Oh, warte! Warte, warte, warte! Ich will mich ihm nicht stellen. Kann... Muss ich mich ihm stellen? Kann ich mich vielleicht irgendwie... ...irgendwie anschleichen? Wenn ich jetzt hier einfach nur tölberhaft drum rumrenne, dann sieht er mich... ...und dann... ...dann kann er machen, was auch immer er geplant hat. Und er plant viel. Er hat im... ...können manchmal sterben, aber alles fällt auseinander. Die Seuche wurden uns alle. Ich hätte dich auf deinem Thron beraten können. Aber nun ein Korvo zu uns, bereit, alles zu zerstören. Kleinen Moment. Ich schleiche mich da an. Irgendwie schleiche ich mich da an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das geil, ist das geil, ist das geil. Ist das geil. Er sieht mich nicht kommen. Und du verdammter Hund. Ich habe immer gewusst, dass du kommst. Du bist mein Held. Die anderen sind alle tot, oder? Ist in Ordnung. Ich hätte eh alle hinrichten lassen. Ich werde die Kaiserin sein. Und so, liebe Freunde, erschafft man ein Monster. Oh, 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 oh. Alter, oh, oh. Es kommt bald. Das finale Video. Ich freue mich schon übelst. Chaos Faktor hoch. Gegner eliminiert 62. Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt. Ist mir scheißegal. Natürlich haben wir Alarm ausgelöst. Natürlich wurden wir gesehen. Warte mal, halt, wir haben Alarm ausgelöst? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Hat es keine Zeit zu. Lord Pendleton haben wir getötet. Aufseher Martin haben wir getötet. Admiral Havelock haben wir getötet. Wir haben sein Tagebuch gelesen. Wir haben Emily gerettet. Ich versuche jetzt noch mal kurz, meine Facecam auszublinken. Ja, okay. Da seht ihr, wir haben ganz, ganz wenig Geld von ganz, ganz wenig Geld gefunden. Aber wir haben diese eine Rune. Wir haben insgesamt nur eine einzige Rune übersehen. Das finde ich, das ist ein guter Schritt. Und jetzt sehen wir das Finale. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Bestimmt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Oh. Soll ich noch die Stücke drücken? Okay, los geht's. Was wird in den Geschichtsbüchern stehen? Dass die Tochter einer ermordeten Kaiserin über einen Berg von Leichen ihren Thron besteigt? Getragen von einem Attentäter namens Corvo? Nein. Sie werden berichten, dass Emily Caldwin die Erste in einer Zeit des Schreckens und der Korruption an die Macht kam. Und dass sie in einer Welt ihr Bestes tat, die weder gut zu kleinen Mädchen noch zu Kaiserin ist. Was machst du jetzt überhaupt? Aber ob die Geschichten dich beim Namen nennen oder nicht, sie wird sich an dich erinnern, Corvo. Krass. Ey, das ist gar nicht so düster, das Ende. Ist es gar nicht. Cool. Echt cool. Ich trau mir jetzt nicht, einen Knopf zu drücken, um meine Facecam einzublenden. Nicht, dass das Outro dann weg ist. Aber ja, das war Dishonored. Das war Dishonored auf chaotisch. Ich weiß nicht, ob es das Chaoteste chaotisch ist, weil am Anfang haben wir uns ja noch zurückgehalten. Aber ich glaube, wir waren super böse. Die Puffmutter, von der haben wir gar nichts mitgekriegt in der Golden Cat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wahnsinnig gut gefallen. Ich würde es am liebsten jetzt gleich nochmal spielen und versuchen, alle am Leben zu lassen. Ganz ehrlich. Ich würde am liebsten gleich mir das Zeitanhalten reinnehmen. Und ja, ich würde so viele Dinge anders machen, jetzt wo ich es weiß. Ich würde viel mehr zwischenspeichern. Ich würde viel mehr laden. Ich würde jetzt, da ich weiß, dass man alle am Leben lassen kann. Ich würde ganz andere Dinge tun. Jetzt weiß ich auch, dass man, als wir bei Oberaufseher Campbell im Büro waren, unser erster Mord. Jetzt weiß ich, dass man den auch am Leben lassen kann. Dazu konnte man die Gläser beide verschütten. Ich habe sie ausgetauscht. Man hätte sie auch beide verschütten können. Wer weiß, was dann passiert wäre. Ja. Und einfach durchsneaken, komplett ohne gesehen zu werden. Ich weiß jetzt, dass es besser ist, diese Lichtfelder zu deaktivieren, anstatt sie zu hacken, wenn man gut sein will. Was auch irgendwie logisch ist. Ja, und ich würde es mir ehrlich gesagt nicht mit Samuel verscherzen, weil er war so ein treuer Mensch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde dieses Spiel richtig, richtig gut. Richtig gut. Ich mag solche Spiele, wo man am liebsten gleich nochmal von vorne anfangen will. Ich hoffe, es hat euch genauso beim Zuschauen, genauso einen Spaß gemacht wie wir. Und ihr habt euch auch ein paar Mal erschrocken. Und gebangt und gehofft. Und Panik geschoben. Auch wenn es gar nicht so viele Gegner waren teilweise. Also, ja, gerade als ich das Zeitanhalten noch nicht hatte. Ei, ei, da ging mir die Pumpe. Und es ist so unglaublich schwer, niemanden zu verletzen. Das finde ich richtig gut an dem Spiel. Du kannst auch einfach durchmetzeln. Aber wenn du wirklich eine Herausforderung haben willst, dann lass mal jeden Einzelnen am Leben. Ey, das ist so schwer. Sagt mal Bescheid, wenn ihr es schafft. Hey, und dann nehmt das Ende auf und stellt es bei YouTube rein. Keine Ahnung. Da kommt mein Outro. Das halte ich mal kurz im Hintergrund an. Ja. Wie geht es weiter? Ich weiß gar nicht. Was wird denn das nächste Projekt? Eigentlich hätte ich gerne South Park. Wird der Stab der Wahrheit gemacht oder der Stock der Wahrheit. Aber das wurde ja jetzt auf unbekannt verschoben. Weil da wohl irgendwie eine Nazi-Flagge noch nicht zensiert worden ist. Und was weiß ich. Deshalb schiebe ich mal ein Spiel dazwischen. Was ich schon lange, lange machen wollte. Was in den Votings immer abgestunken hat. Aber was mir einfach eine Herzenssache ist. Wo auch wieder ordentlich gemetzelt wird. Ich will eigentlich gar nicht so viel Metzeln. Aber irgendwie macht Metzeln Spaß. Ja. Und das nächste Spiel wird... Ihr werdet es selber sehen. Ja, doch. Doch, doch. Ja, ich lasse mal noch die Credits durchlaufen. Na, Ruhe. Ach so. Da fällt mir gerade ein. Ich habe irgendwas vergessen. Ich hatte was ganz schwerwiegendes vergessen. Das habt ihr mir auch alle schon gesagt. Und ich habe es sogar schon aufgenommen. Das wird auf jeden Fall das nächste Projekt. Es geht beim nächsten Projekt weiter mit... The Walking Dead. Was? Wie? Walking Dead? Hatten wir doch schon. Ja, stimmt. The Walking Dead 400 Days. Das ist ein Adorn. Und das habe ich gespielt. Und ich muss sagen, es ist irgendwie... Ich weiß nicht. Es ist halt ein DLC. Ja, man darf nicht so viel von DLCs erwarten. DLCs sind keine Spiele. Das Spiel hat man ja quasi schon mal. Hat es auch gespielt. Darum sind die immer sehr kurz. Und ich mag so viel kompakt auf einen kleinen Haufen einfach nicht. Projekt wird auch sehr schnell rum sein. Ich schätze mal in einer Woche. Und dann... Ja, dann sehen wir uns dann bei dem nächsten richtigen... Richtigen Projekt. Also so ein richtiges Spiel so... Wo man so rumläuft und Dinge tut. Ich werde jetzt mal langsam die Klappe halten. Ich mache mir noch einen Tee. Und äh... Ja. Ich kann es nur... Immer wieder sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genauso wie es mir gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Und ich würde mich natürlich immer über Feedback freuen. Ich weiß, das war jetzt hier alles ein bisschen leise in dem Spiel. Aber ich habe es einfach nicht lauter gekriegt. Ich habe ein bisschen rumgefummelt und gespielt. Aber irgendwie... Irgendwie... Irgendwie war das alles seltsam. Ja. Also. Feedback dalassen. Egal ob positiv oder negativ. Konstruktive Kritik oder... Beflügelnde Worte. Oder vielleicht auch einfach mal nur... Vielleicht schreibt er auch einfach mal nur eine Acht in die Kommentare. Einfach nur Acht. Acht. Ganz oft Acht, 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 Acht. Wisst er? Wisst er nicht? Versteht er nicht? Ist ein Insider. Na ja. Anyway. Ich mache mich vom Acker. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Bis es soweit ist, sage ich. Ich bin Tor Baume. Auf Wiederschauen. Ihr seht mich jetzt gar nicht, ne? Auf Wiederschauen. Und... Reingehauen. Pfft. Cheerio. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! ên what? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020